Leute, willkommen zurück zu Metopia und wir sind wieder hier. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Man sieht die Burg, man sieht Feuer, Walbel, wie auch immer. Wir starten jetzt. Sind wir gerade in das Haus wahrscheinlich? Ja, wir sind hier. Wir haben ein bisschen Geld gefahren. Im letzten Tag war es, glaube ich. Komm schon mal, was die bleiben da machen. Wir haben heute richtig gezeigt. Heute, ganz und gar nicht. Ich denke, es ist Zeit, wir sind hier. Äh. Was ist denn da? Oh, Totten mit der Frisur. Was meinst du? Was ist denn da auch wieder? Oh. Ist halt... Ja, ja. Ich würde sagen, auf geht's, ne? Ich glaube, wirklich, wir gehen ja schon in die Burg. Ich bin mir nicht genau verständlich, aber ich glaube so. Ich bin mir sehr gespannt. Oh, Burg des dunklen Würst. Ja, ihr seht doch da die Kiste. Die holen wir uns auch bald ab. Ich zeige euch auch, wie man da hinkommt. Wir machen erstmal hier dieses Gebiet. Ich bin das Gebietchen. Aber was passiert hier wohl? Ah, das ist erstmal, dass ihr das auch seht. Jetzt. Oh. Oh. Verblitz. Was? Wo sind denn die anderen hin? Oh nein. Ja. Wie sehen könnt ihr das hin? Hier wahrscheinlich die Türen, wenn sie das guckt. Ist eben nichts. Wir sollen auch noch weiter gehen. Das Team wurde uns verhelfengeteilt. Das ist echt nicht gut. Wow. Auf nach Hause. Okay, wir sind zu viel. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin jetzt... Och. Mit niemandem wuchen. In einem Team. Ach komm, rüsst du dich ein bisschen aus. Wie ist das so... Ja, egal. Macho-Kluck. Mhm. Hm. Sehr toll. Sehr gut. Es ist auch immer gleich in der Spielhaltung. Wir wollen jetzt nicht Geld erfolgen. Okay, machen wir 20.000. Mach damit nur 1.600. Das ist die Sache. Machen wir zwei Mal. Noch einmal. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. 17.000. Oh, das war's noch. Sehr gut. Mach's so klingt. Ja, aber ich bin leider am schlechten Team gelandet. Aber... Ist okay. Ich bin dann hier der... Der am besten anhalten kann. Paluten und... Äh... K. Kommt mal mit. Ja, wir sind wir noch. Zum Spiel. Und ich weiß, die anderen sind glaube ich... Schon zu dritt. Und bei uns ist sogar noch das Pferd dabei. Also... Gutes, Dunkel, Gutes. Ich würde lieber bei der anderen Hälfte mitmachen, aber... Vorwärts Marsch. Ah, das sieht echt krass aus, muss ich sagen, ne? Einer meiner Lieblingsgebiet zu helfen. Keine Ahnung. Ist ein gutes Gebiet, würde ich sagen. Sieht sehr cool aus. Äh... Es ist so finster hier. Da kriegt man echt Angst. Sein Mannesagt. Ich bin nicht da. Er ist natürlich nicht in mir da. Er soll sich hinter mir nicht tippen. Ich mach mal von dir, Todd. Ja, ich bin tot. Das Licht wird. Hm? Rennrecht. Ohne es wunder zu wehlen wahrscheinlich wieder. Ja. Und ich bin bei den Monstern sehr gespannt. Ich glaub, hier gibt's halt nur neun Monster. Schon mal ein neues Monster. Was soll ich machen? Vielleicht packen wir es ein. Ich glaub, dieses Ding hältst du ein bisschen was auf. Aber wir können's ja versuchen. Ah, also der mischt. Alle gehen auf die Bühne aus. Was? Ne, auf der ist. All dem kann ich ja nicht wissen. Ähm... Alle sieben. Oh! Der hat bald zu sich. Hätt der sogar... Nein! Kann ich verstehen, dass du so aufkriegst. Aber er gibt dir direkt auf euch. Zubabe! Ähm... Wie viel MP hab ich eigentlich? Ich kann noch mal einer. Von mir, ich mach nun schon 18 Schaden. Das ist schon 18. Warte mal. Schott. Level Up, die jetzt sind. Und... Ähm... Heifelstörtchen. Und es gibt auch sehr viel Gold. Denk glaub ich hier in dieser Blut. Und es wird sich wahrscheinlich auch ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie kommt es so an? Zwei von den grünen Gästen. Ich glaub, ich hab's noch ein bisschen. MP... Aber... Das ist ein MP neben mir. Macht das nicht mehr Schaden? Ja, eigentlich nicht. Ich probier noch mal Totten. 72? Boah! Kann man machen. Ja, das war gut. Oh! Aber er hat... ZUGABO. Aber ich mag noch mehr ваши... Kann man doch mal anpassen. Kann man auch mal anpassen. Kann man auch mal halten? Kann man auch mal reißen? Kann man auch mal hausen. Kann man... Kann man... Ja, viele denken schon, dass es komplett am Ende, sie sind schon fast am Ende, beziehungsweise mit dem Spiel, aber wir haben wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte, wirklich nicht mehr die Hälfte. Ja, also es gibt viele Farbs. Leider ein paar sind verschwunden. Dir kaufe ich das gerne, aber klar, du kannst ein bisschen warten lassen. Erstmal für die Guten sage ich jetzt mal. Ist zwar ein bisschen fies, aber trotzdem. Ist halt gut. Hat er Pech. Ach, futtern ist auch gut. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine andere. Ich hab' da oben. MP. Sei ruhig. Wer will Kubertschen? Muss man sich wohl davon an? Ich hab' euch geb' ich mal so langweilig. Was mach' ich denn? Oh nein! Ich hab' ihnen das sind die Leute mit dir oder was weiterhubgegeben. Okay. Andrup ist immer wichtig, ne? Ach, Kahn, wenn du schon das Film dafür magst, dann ist es auch. Schüss, ey. Hallo, cool. Ach, du bist aber auch ich mag. Also wirklich, ich bin nicht alle ganz cool eigentlich, aber hier nehm' ich mir mal ein Spiel weg. Hier nehm' ich mir mal ein Spiel weg. Hier nehm' ich mir ein Spiel, der geht gar nicht. Zwei Wege. Ja. Ich weiß nicht, wie es zwei Wege gibt. Und da ist Bock und zwei Kisten. Ich glaube, ich geh' jetzt mal viel weg. Ja. Und es fehlen noch drei die beiden Richter, oder? Ja, wir sind jetzt so 70. Ich hab' ne, nein, 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 nein. Ich hab' die Dinger, er hat, genau, nein. ein bisschen halten wir auch noch ein bisschen durch zwölf langsam es gibt hier auch ein richtig gutes leben wenn man das spiel zu 2000 machen machen manchmal gibt es nicht ein wurst hallo was macht die beider nichts wie wir haben bringen jetzt es hängt ja was bringt das ist eigentlich Ich wusste eben das neue Schöne. So, vielen Dank. Ja, sehr gut, ja. Und er beendet das. Ich glaube, du hast tausend gelettet die Gesichter gesammelt, wie auch immer. Ganz toll gekämmt. Ganz toll gekämmt. Richtig gut gekämmt. Wie das jetzt ist? Ich dachte damals auch tausend Skörtchen zweistellen. Habt ihr das schon mal? Ich weiß nicht. Ich versuche, eine Challenge zu machen. Jedes Essen zu sammeln. Das es gibt. Im ganzen Spiel. Zwei Sterne. Ja, oh nein. Genau. Guck mal. Ah, ich muss was kaufen. Grund ist auch nicht. Ich hätte mich gefreut, wenn du es nicht gekauft hättest. Aber naja. Ich frage mich, warum die auch teurer sind, als die anderen Sätze. Naja. Was kann ich essen? Oh, ich hab's auch gut. Ja, sehr viel gebracht. Das war's. Ich geb mir hier was für Essen. Und Todd manchmal auch. Und Todd kann sich doch selber was kaufen. Das war's für ehrlich. Manchmal will ich wieder einen guten Freund dabei haben. Ich mag's zwar vermutlich mit Todd eigentlich, aber vermutlich merkt es. Oh, ich weiß nicht, ne. Da geh ich jetzt noch nicht hin. Ich geh mit meinem Team da hin. Weil der weiß, was da drin ist. Ob der überhaupt knackt ist. Ich weiß nicht. Gemeinsam schaffen wir alles. Oh, der Song für Essen ist echt riesig. Stell dir mal vor. Wir müssen es hier sauber machen. Wieso? Hat der der Schwingheit in die Gesichter gestorben? Damit die man schon in den Puschen? Das ist es. Das ist die einzige logische Erklärung. Vielleicht nicht ganz ein einziger. Die haben auch Sachen im Kopf. Die hab ich auch gehabt. Warte mal, was geht das? Oh, ich hör schon Musik. Ich glaube... Es hört sich gut an. Zombie! Der Dingsforscher. Der Forscher ist sehr stark. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Sombay Dämon Dämon, der geht es Nervt, ich bin mal süchtig nochmal Katzen mit Trallen Ne, 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 wollte Trallen dazu machen Blum Ok, ich glaub, ich geb beim Parmsteuer Leicht wie ich Hier und hier Na, ey, egal Und ein bisschen heilen kann man auch Ok Warte geht Träßen, Kräften Wär gut, wenn man die Kamin als erstes angreifen würde, aber naja Ich jetzt Solle Arbeit dort Oh nein Ok, gut, das ist gut Amt einfach drücken, mit zwetzt Und jetzt, mit der Angriff 2,1 Wetten Und doch mal Hilfe Das war gut Guter Schaden, will ich sagen Ohne Gezicht Nicht schlecht Wir haben recht nicht Ok, da macht Glück gehabt, dass wir nicht einmal treffend kommen, dass wir auch einer Ich hab euch auch nie lieb Ich hab euch auch nie lieb Das muss man mal wieder kratzen mitfahren Blablabla Man gut schaden, ne? Was? Neue Technik Schafe Speise Ist ja das selber? Ja, klar Ist das einer andern Was? 109 und denkt sich schaden am Zimmer Oder was? Ja Ist das voll die gute Kombi Wenn ich der Koch wäre Und irgendwie so ein Keine Ahnung Eine Katze oder so Ja, was? Teufelscheck Das war krass 169 Jahren Oh Gott Zombie Zombie brauchen wir wieder Ja, wir brauchen Ich war schon gut Hätte ich sogar überlegt ins Team zu nehmen, aber Ah, Zombie Ich weiß nicht, ob ich ihn ins Team mitbringen möchte Der ganze Green Squad ist hier drin, ne? Wo bist du gekommen? Na klar, ich bin froh, dass du dein Gesicht zurück hast Ich würde an deine Seite bringen Aber erst muss ich mich mal ordentlich aus Ja, wir haben Zombie hier Zombie ist zum ganz was aufgeboten Ja, wir haben das erste Das drittletzte Gesicht gefunden Zwei weitere Gesichter gegeben wurden Das ist noch irgendwo Monster Bist du dir sicher? Der liegt auf dem Boden Der liegt da liegt irgendwas Ich hab eine Deine Kleebonbon Äh, Kleebonstra Verliebt mich, du hattest keine Recht Du hattest keine Hä? Du lagst falsch Guck mal zu können So Möchtest du mal vom Heim gehen? So Möchtest du mal vom Heim gehen? Möchtest du auch, dass du hier Okay, Leute Ich bin sehr gespannt, bis es weitergehen wird Okay Wir kaufen wollten nichts Butter Möchtest du mehr abgab ich habe nur vielleicht wie wir warum wir nur wenn du es machen was passt du denkst kommst du mag er ok können wir noch noch ein bisschen los gehts die kiste rum und falsch ab es fehlt noch ja der magier und der andere ich weiß es nicht ja da geht ok ein hm es will den anderen gehen und man ok es gibt nichts hier gehen wir mal wir sind zu dritt und haben nicht mal ein Pferd soll ich nein ich gebe mich natürlich noch zu essen das das macht das macht ein angriff ausführlich aber trotzdem ein bisschen straflich irgendwann brauchen wir den angriff kommt mit dem gelb hin mit er hat er lernt irgendwann einen guten angriff aber er fangt das später was nicht cool ist ja wir müssen es ja machen es gibt keine andere zelle die aus dem und nein die stimmung ist wegen der langen reise an sei vorsichtig und 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 so jetzt vielleicht ja ja ok ja sehr gut zwei wege immer diese ganzen wege immer nach oben dann sieht man die wahrscheinlich auch immer weiter nach oben das ist auch ich sag euch und monstern sehr viel geld werdet ihr gleich sehen also zum vergleich zu anderen monstern 165 schaden ohne ähm und ohne keine ahnung 999 gesichter gefettet ganz toll super ja punkt 760 und das meiste geld hat man wahrscheinlich von den Dingen ob 6 boah wacke 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 r die kennen sie die kennen sie in dem main Keine Ahnung, wir machen das. Keine Ahnung, was krass macht. Echt krass, wie gesagt. Was liegt ihr denn so aufeinander? Ach nee, Spielhäle. Ist auch wieder gut. Banknotenfächter. Hallo, ist doch gut. Döner-Sentisch wäre auch gut. Und heute sieht krass aus. Das Video ist besser als im letzten Spiel. Ich will aber Döner-Sentisch. Auch einmal Döner-Sentisch. Und noch einmal Banknotenfächter, dann Döner-Sentisch. Schockst du jetzt mal? Ja. Ich will Döner-Sentisch. Nein, ich will Döner-Sentisch. Wahrscheinlich bekomme ich noch einen Kleber-Namen. Äh, einen Kleber-Namen. Warte, war das oder was? Ein P-Bom-Bom-Bom. Döner-Sentisch. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Das ist mein Döner-Sentisch. Und das ist echt immer so. Ja, Döner-Sentisch. Ganz, mehr will ich nicht verkünden. Mehr will ich denn Döner? He. Nicht. Ach, hier ist ja noch vor, dass ich wieder essen. Ganz hinten. Okay. Äh, nein. Ey, ich mag erwähnen. Oh, so Video geht ja schon ein bisschen länger, ne? Ich will es wieder verwenden. Wenn wir den nächsten Mal machen, dann super, super, super weiter. Und ich sag mal, schau uns zum nächsten Mal. Erstmal. Ich weiß nur was, kennenlernen. Dann müssen wir sagen gar nicht so. Firma chats dall HAM.